Kapitel 51 Tod Kann sie dich hören? Gespannt schaut Lord Voldemort seine Tochter an. Ihre Augen sind geschlossen und ihre Haare, die seinen so ähnlich sind, zu zweit dutzhoch gesteckt, dabei sind die unteren Haare offen. Ja, aber sie antwortet nicht. Sie lügt. Tom spürt es. Sie öffnet ihre grünen Augen und die Luft um sie herum ist elektrisiert. Tom spürt, wie stark die Magie in ihr ist und wie sie darum fleht auszubrechen. In der Schule hat Beatrix Parkinson ihr verboten, gute Noten zu kriegen. Viel zu auffällig, wie sie immer beteuerte zu sagen. Sie habe so viel Ähnlichkeit mit ihm und die Lehrer würden es bemerken. Eine Nerrin. Sie hätte seiner Tochter ihr volles Potenzial ausleben sollen. Was hätte sie schon tun wollen? Sie hätte doch niemals ein unschuldiges Kind umgebracht. Dazu sind sie zu schwach. Was, das? fragte sie gelangweilt. Der Fini. Ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Entweder du findest sie oder... Er senkte seine Stimme ein wenig. Du bezahlst mit deinem Leben. Aber Dad! schreit sie empört. Doch Tom hielt sich nicht mehr zurück. Was? Hast du gedacht, du bedeutest mir vielleicht etwas? Du hast dir etwas bedeutet. Das und die Ermordung Potters ist der einzige Grund, warum du noch lebst. Also entweder du machst deinen Job oder du bist deinen Job los und somit unbrauchbar. Tom spürte eine tiefe Wunde in sich. Seine eigene Tochter hat keinen Respekt vor ihm. Er legte eine Hand um ihren Hals und drückte zu. Sie blickte ihm starr in die Augen und obwohl sie am Ersticken war, erhob sich ihre Hand nicht, um ihn davon abzuhalten. Sie röchelte und ganz kurz zuckte ihre Hand, doch sie unterdrückte den Impuls. Verflucht! Sie erinnerte ihn sehr an seine Geliebte. Er ließ sie los und sie fiel zu Boden. Steh auf! So schnell wie möglich rappelte sie sich auf. Lüg mich nie wieder an! Sie nickte artig und fuhr sich an den Hals, während sie schwer schluckte. Jetzt kontaktiere sie noch einmal. Mom? Kannst du mich hören? Es blieb für eine Weile still und Tom beobachtete sie ganz genau. Sie riss die Augen auf und sah ihren Vater erschrocken an. Sie hat geknurrt! Ein Moment lang schaute Tom sie an, als würde er überlegen, ob er jetzt lachen oder sich Sorgen machen soll. Ihr knurrt wie ein Tier. Ja, genau, wie ein Tier. Und jetzt hat sie geheult. Sie erblasst. Sie weint. Nein, so wie ein Wolf. Ratlos schauen sich die beiden an. Kann. Also ist sie ein Animagus? Ich weiß es nicht. Ich weiß, was er ist. Doch meine Liebe geht bis ins Unermessliche hinaus. Ich weiß. Ich hätte es nicht. Töten müssen. Ich habe es nicht. Hause nicht drittes finde mich dort wo ich gefunden werden will hilfe vertraue in den richtigen der berühmte kommt überall hinein nachdenklich sieht der fine auf den zettel als wie es aus geisterhand ein weiteres wort darauf auftauchte tot wut gegen wen in welchem haus an was erinnern ob sie damit das heulen meint dass der fine gehört hat grau aber jung sowie ein wolf wieso hat man drei zu hause wo will sie gefunden werden was soll sie tun ich muss sie vertrauen wer ist der berühmte wer es tut aufmerksam las der fine den zettel wieder und wieder durch sie blickte auf die seite auf die angestrichenen dinge auf den zaubertrank auf das büschel haar zum zeitungsartikel und auf einmal wurde es ihr klar sie untersuchte den tisch öffnete jede schublade die eine war geschlossen auch mit einem zauber konnte sie nicht geöffnet werden der berühmte harry potter kommt überall hinein flüsterte delphine und es machte klick die schublade öffnete sich von alleine und alles was darin zu finden war waren zwei fotos und eine klinge auf dem einen foto war ihre mutter und ihr vater in ihrer hochzeit das foto musste wohl ohne ihr wissen gemacht worden sein denn sie lächelten sich verliebt an ohne auf die kamera zu achten das andere foto kannte sie schon es war sie selbst als baby auf dem arm ihrer mutter jetzt sah sie sich die klinge genauer an als sie anfasste spürte sie die magie die durch sie floss auf der anderen seite eine kleine notiz nicht alles was glänzt ist gold ihre hand fuhr zu ihrer halskette sie musste sie zerstören sie musste sie es war als würde eine blockade sie daran hindern den gedanken zu ende zu führen jedes mal wenn sie daran dachte die kette los wurden ihre gedanken gestoppt als würde sie an eine wand rennen vielleicht war es wie ein imperius fluch und sie musste einfach genug selbstbeherrschung aufbringen überlegte sie angestrengt konzentrierte sie sich und schloss die augen doch egal wie sehr sie es versuchte es war unmöglich sie sah sich das bild ihrer mutter und ihr an sie musste das schaffen nicht für sie oder für potter sie musste es für ihre mutter schaffen ihre hand schloss sich um den griff des messers ihr blick blieb starr auf dem foto während sie die klinge zu ihrem hals führte nicht darüber nachdenkend befiel sie sich selbst sie schwitzte und keuchte vor anstrengung als sie das messer bis zu ihrer brust führte sie musste nur unter die kette kommen dann hatte sie es geschafft sprach sie zu sich selbst sie hörte das geräusch von metall auf metall und riss ihre hand herunter lächelt hob sie das messer hoch und schaute die kette an die daran hing sie ließ sie fallen und ein gedanke dominierte ihren kopf sie musste jetzt ihre mutter retten